Herzlich willkommen im Internet. Heute eine Meldung aus Stuttgart. VfB in 2. Fußball-Bundesliga abgestiegen. Ja, das tut den Schwaben richtig weh. Es geht abwärts für den VfB. Sie waren halt zu selten Sieger. Drum winkt jetzt die 2. Liga. Ganz schön bitter ist das schon. Ja, auch für die ganze Region. Schluss mit der Erstklassigkeit. Es tut uns beiden wirklich leid. Halt durch, du armer VfB. Statt Bayern und dem BVB besteht nun deine Fußballwelt aus Aue, Kiel und Bielefeld.